Hallo, herzlich willkommen, ich bin der SamplexWookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu COD Black Ops 3, ich zeige euch alle Sommergegenstände, den zweiten Teil 28 bis 56, ja und jetzt störe ich euch nicht weiter mit meinem Quatsch, haut rein, ciao, viel Spaß, euer Wookie Scheiße, die reinste Immortals Tagung da unten Ich gebe dir von oben Deckung Versuch im Schatten zu bleiben Jede Menge Immortals . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke für die Unterstützung, Lieutenant. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Los, los, los! Kane, durchsucht das Stadtarchiv. Ich brauche die Position der Stützpfeiler. Untertitelung des ZDF, 2020 Greife an! Ich bin festgenagelt! Ich habe davon geträumt. Folge mir. Ich zeige dir, was ich meine. Glückwunsch, Private. Du hast den Kürzesten gezogen. Willkommen in Bastogne. Und jetzt bewegt deinen Arsch an die Front! Ist das möglich? Wir befinden uns auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Hier ist das möglich. Wir befinden uns auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Das muss eine Illusion sein. Das muss es sein. Wir befinden uns auf den Schlachtfragen. Was ist das möglich? Wir befinden uns auf den Schlachtfeld-Görgern. Was verdammt war das? Die Schreckenswölfe. Zuerst fielen sie nur über Verwundete her. Später jagten sie die Starken. Die Schreckenswölfe. Die Schreckenswölfe. Halt! Halt! Der deutliche Tigerpanzer. Der Königstiger. Immun gegen die meiste Munition. Bist du stark genug, ihn zu besiegen? Verstanden? Wir hören euch laut und deutlich over. Merkt denn keiner, was da läuft? Taylor hat einen Deal gemacht. Wenn das MRC ihn rausholt, ist das ein Riesenpropagandaseg. Der wird ihr Aushängeschild. Der amerikanische Held. Der amerikanische Verräter. Ich muss auf den Boden. Ich bin da, als sie durch ihn durchkommt. Relativ Helplix. Wir brauchen RISP-Unterstützung, bis diese Plattform unter ägyptischer Kontrolle... Gute Arbeit! Wir müssen noch eine Kommunikationsstation aufschalten, dann suchen wir Taylor und Maretti. Bewegung! Da vorne ist die nächste Kommunikationsstation. Bewegung! Vorwärts! Bewegung! Ich geb Deckung! Mission wird scheitern, wenn wir sie nicht aufhalten. Irgendeinen Vorschlag! Ich kämpfe an der Seite meines Volkes. Schalte die mobilen Läden unter dieser Ebene aus. Dann hast du genug Zeit, Taylor zu schnappen. Na los, Pfadfinder! Zivilisten voraus! Pass auf! Feinde auf beiden Ebenen! Ausschwärmen! Feinde auf beiden Ebenen! Verstehe! 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 Geht! Verstehe! Taylor! Das ist jetzt zwischen mir und dir! Hörst du mich? Das bist nicht du! Es ist das Ding in deinem Kopf! Etwas in deinem DNA spielt mit deinem Verstand! Was ist das, Strong? Was ist der vereiste Wald? Und ein NRC-Mutterschiff. Ich schicke mobile Waffenkammern vorbei. Hol dir die Minigun von der mobilen Waffenkammer! Woran haben sie hier herumgepfuscht, Kane? Kennst du Nova 6? Ein chemischer Kampfstoff, der beinahe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden wäre. Selbst die kleinsten Mengen haben gereicht, um über 300.000 Menschen in Singapur zu töten. Ein chemischer Kampfstoff, der beinahe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden ist. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich.